Jeder von uns hat es erlebt, jeder von uns kann mitreden und jeder von uns hat eine Meinung dazu, wenn es um das Thema Bildung und Schule geht. Es ist kein einfaches Thema, aber ein viel diskutiertes. Wenn es um das Thema Schule geht, ist uns allen eines gemein. Wirtschaft und Gesellschaft werden in zehn Jahren anders aussehen als heute. Welche Fähigkeiten dann notwendig sein werden, ist noch völlig ungewiss. Deshalb brauchen wir eine breite allgemeine Bildung mit Vertiefungsmöglichkeiten entsprechend den Talenten eines jeden Kindes. Aus meiner Sicht ist das Wesentliche, die Neugierde der Kinder zu bewahren und ihnen die Fähigkeit mitgeben, in ihrem späteren Leben immer wieder mit Freude umzulernen und neu zu lernen. Das ist für mich die Basis für unsere Zukunft. Heute habe ich meine Volksschule in Sateins besucht. Hier habe ich meine ersten vier Jahre als Schülerin verbracht. Ich habe zurückgeblickt. Einige schöne Erinnerungen sind mit dabei. Und welche Ansichten und Maßnahmen mir wichtig sind für eine gute Schulentwicklung, das findet ihr auch auf meiner Homepage unter www.martina-s.at. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Stimme gebt am 15. Oktober.